Wir gehen nach Berlin! Zum Toilette gehen war sehr schwierig. Guten Tag! Hallo! Darf wir passieren? Was hast du von der Reise erwartet? Ich erwartete viel Gezelligkeit und Spaß. Es hatte meine Erwartungen überstiegen. Und was hattest du von der Hinreise? Die Hinreise war sehr gemütlich. Wir hatten Kart gespielt, gespielt auf die Nintendo, gegessen, Musik gehört und natürlich viel Spaß gemacht. Und die Zurückreise? Die Zurückreise haben wir geslafen. Kader 6 3 4 3 4 4 Einmal. Ja, gut gemacht! Was hältst du von dem Programm? Das Programm war sehr toll. Wir haben interessante Pläts besucht und sehr viel Spaß gemacht. Und welche Aktivität hast du am meisten gefehlt? Die Berlin Dungeon hat mir am meisten gefallen. Auch da fand ich die Fernsehtoren sehr toll. Eigentlich waren fast alle Aktivitäten. Wir gehen nach den Bellen-Blazen. Wir gehen nach den anderen. Wir sind nicht in den Runden. Oh! Oh! Ich weiß nicht was bei der Bellen-Blazen. Bist du das? Wir waren nicht 15 und 20 und 20. Und ich- 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 Hier haben wir viel Glück gehabt, weil das Wetter sich schön war, die Luft war blau und die Sonne glanzte an dem Himmel. Jetzt müssen wir die Ja, ja. 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 Wir sind auch nach das Naturmuseum gewesen. Dort waren sehr große Dinosaurier-Skeletten und ein Film über die Galaxie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was du auch etwas typisch Deutsch gegessen? Nein, aber wir haben gegessen bei einem coolen Restaurant und bei einem sehr schmutzigen McDonalds. War es lecker? Nein, bei den McDonalds war das Essen sehr schmutzig. Ja, das ist sehr gut! Auch haben wir die Berliner Mauer gesehen mit vielen schönen Kunstwerken. Der Rauch! Was hat sie einen bleibenden Eindruck hintergelassen? Das Konzentrationslager hat eine bleibende Eindruck auf mich hintergelassen. Es war sehr traurig. Findest du es toll? Sehr toll. Und Jan? Nein. Es ist eng. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss! Die Fernsehtour war sehr gut, aber das Ansicht war sehr schön. Wir gehen da. Die Fernsehtour war sehr gut. Die Fernsehtour war sehr gut. Die Fernsehtour war sehr gut. Die Fernsehtour war sehr gut, aber es war auch ein bisschen unheimlich. Die Fernsehtour war sehr gut. 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 Die Fernsehtour war sehr gut.